. 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 Ja, Adi! Ja, ihr kommt mit dem Wacken los, einfach schnell. . . Wie geht es dir, Adi? . Hallo zusammen! Lass mich doch nicht so alleine da stehen! Unglaublich schön, nach ein bisschen mehr als vier Jahren wieder da zu sein, in diesem wunderschönen Stadion, bei diesen tollen Fans, bei den tollen Zuschauern, mit dem tollen Sieg heute von IBE gegen Lugano! Und jetzt freuen wir uns, dass wir das Abstiegsspiel von einer Legende, von Marco Wölfli, jetzt gemeinsam feiern dürfen. Tanz genüssen! Ich bin unglaublich glücklich, mit dem Christian Peintinger wieder in Bern zum See und euch wieder einmal zum Seher. Super! Vielen Dank, Adi! Gleich noch kurz eine Frage, ist ja das ein spezielles Spiel, welches du die Ausstellung nicht selber gemacht hast, oder? Ja, das ist das erste Spiel, welches ich die Ausstellung nicht gemacht habe, aber ich glaube, die Mannschaften sind super zusammengestellt, tolle Persönlichkeiten hier und ich glaube, Bühne frei für die Jungs. Also, jetzt gehst du noch einmal rein und gibt es noch einen Tab-Talk, was machst du jetzt? Nein, ich gehe rein, ich gehe rein. Also, das ist gut. Adi, hört dir noch einmal einen Riesenapplaus für uns, die meisten Trainer des Jahres 2018.